Hier ist Mahasjakti. Der neueste Blogbeitrag dreht sich um die Kraft des Herzens. Dabei geht es nicht nur um das physische Herz, sondern mit dem Herz ist noch ein bisschen mehr verbunden und hier gebe ich einen kleinen Einblick. Und zwar geht es zum einen natürlich um die physische Kraft des Herzens, es geht auch um die psychisch-spirituelle Kraft des Herzens und um das Thema Herzensweisheit. Da habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Die Kraft des Herzens besteht aus mehreren Komponenten, auf die man auf jeden Fall eingehen sollte, um das Herz angemessen zu berücksichtigen. Wenn wir von der physischen Kraft des Herzens sprechen und die verbessern wollen, dann benötigen wir ein Yoga, das auf Erdung und einen ruhigen Geist hin ausgerichtet ist. Dabei spielen Entspannung und emotionale Standhaftigkeit eine große Rolle. Unser Herz reagiert außerordentlich sensibel auf unsere Gemütszustände und deswegen ist es wichtig, hier auf emotionale Standhaftigkeit hin zu arbeiten. Das erreichen wir mit Asanas in der Yogastunde, welche vor allem ruhig und lange gehalten werden. Und es sollten unbedingt auch einige Standhaltungen dazugehören. Die kommen in vielen Yoga-Stilen viel zu selten vor. Die Standhaltungen sorgen für Erdung und können tatsächlich messbar unmittelbar den Blutdruck senken. Das geschieht über den Effekt der Muskelentspannung nach dem Halten. Du weißt, dass du dann ganz warme Füße und schwere Beine kriegst. Und über diesen Entspannungseffekt sackst das Blut in die Beinvenen und dadurch wird insgesamt der Blutdruck gesenkt. Deswegen ist das auch eine gute Vorbereitung vor dem Schlafengehen. Standhaltung länger halten, bis die Beine so richtig schön heiß werden und dann hinlegen. Dann schläfst du meistens sofort ein. In diesem Zusammenhang sind alle Gleichgewichtstellungen gut als Übungsreihe. Das kann ganz simpel sein. Erst der Baum. Dann nahtlos aus dem Baum in den Tänzer. Ohne abzusetzen. Wieder zurück in den Baum. Dann in den Kranich. Das ist das Bein nach vorne. Und wenn du kannst, ein bisschen nacken. Und wieder zurück in den Baum. Dann noch ein bisschen stehen und dann erst das Bein absetzen. Ich garantiere dir, dann ist das Standbein warm. Anregungen zu kompletten Übungsreihen mit vielen Heldenstellungen gibt es hier von mir. Da kannst du mal schauen, was dir davon gefällt. Oder auch andere Beispiele für Yoga-Stunden, die ganz gezielt zum Senken des Blutdrucks aufgebaut sind. Und diese Wirkung wird auch oft von den Übenden bestätigt. Ja, auch Studien arbeiten inzwischen in dem Bereich, wie Yoga bei Herzerkrankungen wirkt. Da ist im Moment die Studienlage noch nicht allzu üppig. Aber es kommen die ersten, die da interessante Ergebnisse bringen. Und ich habe eine gefunden, da geht es um verbreitete chronische Erkrankungen. Und dazu gehören unter anderem auch Herzerkrankungen und eben auch Schlaganfall und COPD. Und die haben bestätigt, dass Yoga eine sehr wertvolle Ergänzung zu den sonstigen Maßnahmen sein kann, dass es dann den Teilnehmern noch mal deutlich besser geht. Die spirituelle Kraft, auch die spielt eine große Rolle beim Herzen. Und zwar geht es auch um die psychisch-emotionale Ebene sowie um die spirituelle Ebene. Das meine ich hier. Und da spielt psychosozialer Stress eine Rolle. Auch hierzu gibt es Studien, die belegen, dass psychosoziale Risikofaktoren, das kardiovaskuläre Risiko steigern. Kannst du mal reinlesen, ist ganz interessant. Auch hier habe ich Übungsempfehlungen für dich. Herzensfreude steigern, wie man die Welt innerlich positiv gestaltet. Das ist eine Meditation, die auch als Konzentrationsform in einer Yogastunde gehalten wird. Und natürlich, wie man Freude erleben und inneren Druck auflösen kann. Das ist eine Anleitung als Text. Auch sehr schön. So, und hier bin ich dann dichterisch für dich tätig geworden. Das kam mal irgendwann nach einer Meditation aus mir raus. Gesprudelt. Ich lade dich ein, dir das in Ruhe durchzulesen, warum das Herz so enorm wichtig ist. Und hier sind noch mal aus dieser Kategorie die Beiträge, die ich im Moment dazu vorliegen habe. Du weißt, dass sich das immer ändert. Es kommt ständig was dazu. Deswegen lohnt es sich auch immer mal wieder vorbeizuschauen. Und außerdem empfehle ich dir, dir mal anzuschauen, was du tun kannst, um die Übungen in der Tiefe zu erforschen. Dazu empfehle ich dir den Spickzettel, falls du ihn noch nicht kennst. Und ich freue mich, wenn du hier klickst und das Ganze mit deinen Freunden teilst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann. Liebe Grüße, deine Mahaschakti.